So hallo ich begrüße euch mal wieder in ZMZ. Ich möchte mal wieder ein paar SMW Sachen spielen und wir starten mit einem Level Hack, der New.SFC heißt. Beschreibung, grab a pistol and watch your step, this will take some patience. Ich denke mal das lässt sich in einem Part runterfrühstücken. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich habe mir einen 2020 Ordner mittlerweile angelegt und habe da sehr viele, ihr seht schon hier, sehr viele Sachen mir runtergeladen. Ich werde auf jeden Fall Buzzies World Tour von Stevie spielen. Der hat das fertig in Anführungszeichen. Er macht es nicht mehr weiter. Also es ist insofern fertig. Wir werden uns seine neueste Demo angucken, auch seine letzte Demo zu Travelers. Und dann haben wir ganz viele andere Hacks, die ziemlich cool aussahen in der Beschreibung zumindest. Und HF hat mir Two Mies Walk into a Bar empfohlen. Den hatte ich mir auch runtergeladen. Da bin ich mal gespannt, ob der dann tatsächlich so schön ist. Wir werden sehen. Jetzt jedenfalls erstmal New.SFC und deswegen steht hier auch New.SFC. So, gucken wir mal. Ich setze mal einen vorsichtigen Safe State. Ich muss nur kurz gucken, welche Taste das war. Die da. Okay. Und da ist Laden. Na, okay. Also ich werde nicht... Hä? Ist das richtig, dass da 96 steht? Oder habe ich jetzt Mist gebaut? Das sieht nicht richtig aus. Scheiße. Moment. Kann ich einen leeren Slot laden? Das sieht besser aus. Ich habe da irgendwas mit den Dings wahrscheinlich kaputt gemacht. Aber das sieht schon besser aus. Okay. Ja, das sieht... Ich weiß nicht, was da am Anfang passiert ist. Okay. Also grab a pistol and watch your step. Wir haben bisher keine Pistol. Kein... Kein... Kein Hintergrundsound. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, ich habe nicht einen Fehler gemacht. Aber vorne hat mehr Hintergrundsound, also. Da ist eine Pistol. Ah, das ist mein Pilz. Aber ich habe jetzt einfach nur eine Pistol. Ich bin... Kann nicht schießen. Die sind einfach nur groß geworden. Klingen wir... Klingen wir Ton? Oder soll das so? Wow, 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 wow. Okay. 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 Soll das so tonlos sein? Oder habe ich was kaputt gemacht? Ich setze kurz den State und lade einfach nochmal neu. Aber vielleicht ist es einfach ohne Ton. Kann ja sein. Das irritiert mich nur. Oh, äh, okay. Jetzt wird die Zeit schon knapp. Das ist natürlich nicht gut. Wow, hi. Okay. Äh. Das war smart. Aber scheinbar ist Ton da. Wie Game Over. Habe ich kein einziges Leben? Warum Game Over? Hallo? Was ist denn... Aber auf der Oberwelt war Musik... Also, ich habe nichts kaputt gemacht. Das ist ja einfach keine Musik. Okay. Dann erzähle ich in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Aber will ich dann die Pistole überhaupt mitnehmen? Wahrscheinlich muss ich groß bleiben vielleicht bis zum Ende. Äh, ich hoffe, ich kann klein werden. Oh mein Gott. Nein, nicht den da oben laden. Der ist doof. Okay, wir spielen einfach hier weiter. Warum nicht? Ich verstehe noch nicht ganz, was hier los ist. Aber ich glaube, das geht euch auch so. Okay. So. Jetzt kommen wir mal hier weiter. Ach, in dem Raum waren wir ja schon. Richtig. Dann bin ich hier gestorben. Weil, weiß ich nicht, wenn ich nicht da hoch springen konnte. Okay. Jetzt kann ich schießen. Jetzt habe ich... Weil jetzt habe ich auch Patronen... Oh, okay. Jetzt habe ich auch Patronen eingesammelt. Interessant. I guess. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Das ist jetzt nicht so gut. Hä, wieso läuft das hier... Hä, wieso läuft der denn zweimal aus? Ah, mein Gott, hi. Okay, wir laden einfach den State an der Stelle wieder. Dann brauchen wir den Anfang nicht nochmal spielen. Der war jetzt ja nicht so spannend. Aber vielleicht ist das einfach irgendein anderer Sound, der da immer wieder kommt. Oder ich bin jetzt praktisch immer etwas schneller, sodass der Sound erst später kommt. Kann auch sein. Ist aber in jedem Fall irritierend. So. Sound wäre halt insgesamt cool. Also Hintergrundmusik. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. So, vielleicht springen wir diesmal vorher, bevor wir da hochklettern. So. Bam. Aber den kann ich nicht killen. Das ist ja schon mal... Oh, äh, toll. Big Mario Discrimination hier. Okay. Der wird halt auch nicht... Oh mein Gott, hi. Wie mach ich... Wie mach ich... Wie mach ich... Warte, 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 warte. Ja. Also hier kann ich nicht durch. Okay. Das ist einfach nur Rand. Ich weiß halt nicht. Irgendwas wird wahrscheinlich wieder runterfallen nachher. So, tschüss. Ne, hier passiert gar nichts. Okay. Da ist wieder Schuss. Okay. Munition. Wow, 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 wow. Nicht ganz runterfallen. Das wäre ungünstig gewesen. Sieht man gerade. Okay. 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 Also ohne Ton ist das ein bisschen komisch. No. Hätte man jetzt, äh... Nicht so... Viele Copyright-Probleme und sowas, könnte ich auch irgendwelche Musik hinterlegen. Aber... Das lasse ich lieber. Nicht wegen Monetarisierung oder so. Die werde ich ja eh nicht. Aber... Ich habe da keine Lust, irgendwas zu riskieren. So. Sonst würde ich hier jetzt einfach Conan-Musik hinterlegen. So schöne Detektiv-Krimi-Musik. Bam, 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 bam. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ja, mhm... Nicht so gut. Dum, 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 dum. Und so weiter. Das Lied würde ich jetzt zum Beispiel hinterlegen. Das würde gut passen. So, wobei, dafür ist es eigentlich doch wieder ein bisschen zu dark. So, ich mache jetzt einfach vor den drei Swarms ein Save-State. Weil ich es kann. Ah, Mist. Aber ich glaube, ich bekomme... Komme ich hier durch, wenn ich so getroffen bin? Ich sehe halt nicht. Oh, doch, ich sehe was. Wo ist mein Rewind? Ich muss ganz schnell revinden. Scheiße. Y. What? Ach so, Z ist das dann. Okay. So, besser. Wenn wir den... Nein. Wenn wir den Save-State halt wieder verkackt. Oh mein Gott. So. So machen wir das natürlich. Ich bin halt auch komplett dumm. Okay, easy. Vorhin war der unten, jetzt war der oben auch interessant. So. Ah, man muss natürlich oben umgehen bei den Swarms. Und das ergibt auch Sinn. So, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin gestorben sind. Das ist doch auch schon mal was. So, zack, zack, zack. Und jetzt geht es hier hoch. So. Okay. Das war smart. Okay, ich muss da rein. Und das... Ist das jetzt immer wieder der gleiche Sound oder... Oder ist das einfach mal wieder ein neuer Sound? Was mache ich jetzt mit dem? Ach, ich kann mich ja ducken. Wenn ich auf dem richtigen Teil gelandet wäre, hätte ich mich ducken können. Spoiler. Was heißt Spoiler? Ihr habt es ja schon gesehen. Ich bin nicht auf dem richtigen Teil gelandet. So, durch die Röhre. Interessant ist, dass man hier durch die Röhre raus geht, aber da ist im Prinzip keine Röhre. Ja, die ist ja... Du gehst hier raus, aber da ist nichts. Wie auch immer das wieder geht. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Okay. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Das ist okay. Wir machen immer so ein paar kleine Save-States. Aber so weit mache ich jetzt noch keine neuen. So weit ist das in Ordnung. Aber warum es immer wieder diesen Sound macht... Das erschließt sich mir nicht ganz, woher der kommt. Den macht es ja doch öfter. So. Jetzt sind wir wieder in dem Raum. Jetzt fallen wir einfach mal nicht runter. Und diesmal lassen wir uns auch nicht von dem Swarm treffen, sondern landen... Auf dem richtigen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf dem richtigen Block. Hat leider nicht funktioniert. Neuer Anlauf. Dankeschön. Das war der Block, den ich gesucht habe. Jetzt können wir auch weiter schießen. Juhu. Achso, da war ja eh neue Munition. Stimmt ja. Wieder vergessen. So, soll ich vor dem Sprung jetzt wieder einen Save-State setzen? Den wir gerade verhaut haben? Ich muss halt geduckt da ran springen. Das ist eigentlich alles. Dann kann ich da auch geduckt abspringen. Hi, Ben-Honig. Okay, ich spule zurück. Dann mache ich ein State. So. Aber ich muss doch im Prinzip da einfach... Ja, es ist gar kein so schwieriger Sprung. Okay. Uuuh. Das habe ich nicht gesehen. So, da sind wir eine richtige Röhre zur Abwechslung. Und es kommt ständig dieser Sound. Das ist schon merkwürdig. Kommt jetzt wieder hoch? Ah, jetzt kommt er wieder hoch. Ach, der bleibt da unten. Okay, meinetwegen. Jetzt gehen wir hier hoch anscheinend. Okay. Und dann hier hoch. Bluuh. So. Es ist also am irritiertsten... Äh, dass da keine Musik läuft. Äh, kann ich den abschießen? Nein. Zu schade. Wow, hi. Hätte ich fassen. Aber wenn man mal bedenkt, dass wir immer noch keinen... Noch keinen Speicherpunkt hätten, ne? Weil mit Sterben ist alles vorbei. Äh, das ist ein bisschen arg lang vielleicht. So. Keine Ahnung. Zumindest Midway Points oder sowas wären ganz nett gewesen. Ah, shit. Denn... So Safes jetzt, wie ich sie setze, die sind ja... Wait, will ich da runter oder nicht? Ich habe nicht aufgepasst. War da unten was Schönes? Spannendes? Oh. Oh, wir werden es nicht mehr rausfinden. Schade. Oh, es ist rutschig, merke ich jetzt erst. Das erklärt vielleicht, warum ich so ein komisches Movement teilweise an den Tag lege. Da ist nix. Aber da ist... So, jetzt wäre ich fast in der Lücke gelandet. Wozu sammelt man Münzen, wenn es eh nichts bringt? So. Oh boy, oh boy. Oh nein! Ach, das ist... Das wäre gar nicht... Moment, zurück. Das ist gar keine Lava. Ich kann da drin schwimmen. Ich darf noch nicht zu weit runter. Okay. Hä? Hä? Ach so. Plötzlich tötet ich alles Mögliche. Oh Gott. Leave me alone. Na, natürlich. Okay. Die Frage ist, lade ich meinen State oder spule ich zurück? Der State wäre hier. Ne, wir spulen zurück. Dann machen wir hier am Anfang einen State. Zack. Und haben wir jetzt wieder einen neuen Mitwaypoint. Nämlich in dem Fischraum. Yo! Aua. Aber was ist... Es ist teilweise hier echt irritierend, was hier passiert. So, jetzt kann ich hier rüber und da... Und... Was? Ach so. Darunter? Die Münze da war komisch. Links. Hi. So, hier kann man einfach hoch. Okay, da gibt es wieder neue... Neue Schussmöglichkeiten. So. Hops. Huf. Ne, ne, ne. Hoch da. Okay. Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da in der Stille überlebe. Aber ich habe überlebt. Äh, okay, ich kann da hoch. Ich kann aber auch hier... Äh? Okay, wir gehen hier hoch. Wow. Ah, das ist nur für eine neue Waffe, die ich jetzt brauche, weil ich hochgegangen bin. Und sonst hätte ich sie nicht gebraucht, wenn ich nicht hochgegangen wäre. Cool. Oh, hier ist es nicht mehr rutschig. Oha. Oha. Oh, ne, 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 echte Röhre mal wieder. Zur Abwechslung. Ah, da war jetzt der Ausgang auch anders gesetzt als bei einer Röhre, ne? Irgendwie kam der komisch da raus. Ah, nein. Ach, ist der Sound immer, wenn ich getroffen werde? Ist das der Hitsound? Ist das der Hitsound einfach? Anstatt dass es... Oh, mein Gott, wie mache ich das denn jetzt hier? So. Oh, ich hatte Angst, dass ich nicht runterfallen darf. Oh, die möchte ich haben. Wie komme ich da... Oh, nein, das wäre am Anfang gewesen. Ah. Verpeilt. Yoshi. Yoshi. Okay. Jetzt sind wir erstmal eine Zeit lang safe. Das ist sehr... Außer wir laufen so in die Stacheln rein, dann sind wir nicht mehr safe. Ah, Yoshi ist natürlich schon mal sehr gut. Wow, 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 wo. Da wird aus der Ecke ganz scharf geschossen. Nein! Ah, ich will Yoshi behalten. Wie komme ich da ran? Hä, der hört ja gar nicht mehr auf. Was ist das denn für ein Rhythmus? So, schaffe ich das? Vielleicht schaffen wir einen Yoshi auch hier verlieren, kann ja sein. Ach, Mist. Ach, Mist. Es gibt es ja nicht. Vielleicht nehmen wir einen Anlauf. Ha, 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 ha. Ausgetrickst, falls man es austricksen sollte. Oder nicht konnte. Who knows, wir haben Yoshi jedenfalls dabei und das ist gut. Und jetzt kommt Boos. Hilfe. Geh weg. Geh heim. Uuuuh. Creepy. Okay. Irgend, auf irgendeiner... Ich wollte jetzt sagen, irgendwo müsste eine Waffe sein, aber leider nicht. Okay. Die Frage ist, soll man Yoshi noch haben? Ich hoffe mal nicht, weil dann wäre das ganz cool. Oh, jetzt ist eh vorbei mit Yoshi. Sheet. Spätestens da. Ja, das ist zu hoch. Da komme ich mit Yoshi nicht hoch. Ah, ärgerlich. Da hat er spätestens gewollt, dass Yoshi weg ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da drüben, der Typ wirft Zeug. Aber wir sind immer noch in der Situation, dass, wenn wir jetzt sterben, ist praktisch das Level zu Ende. Ja, dann kann ich wieder von vorne alles machen. Yo, 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 Kollege. Mach mal nicht. Äh, kann ich, soll ich da irgendwie Hilfe? Okay. Okay, neue Waffe, das ist schon mal gut. Power up. Also so ganz ohne Saves jetzt will man das aber echt nicht spielen. Na, was war das denn? Hä? Wieso kann ich da... What? Wieso ist das keine Wand? Wieso kann ich da durch? Was ist denn da kaputt? Ah, ich muss ganz... Ach so, ich muss den hochfahren lassen. Okay. Ja, jetzt kommt dafür ist eine Säge her. Alter, was? Zur Hölle. Wow, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das habe ich zu spät gesehen. Okay, state. Lauf. Das habe ich zu spät gesehen, dass ich da zerquetscht werde vom... Layer 3? Fragezeichen? Ich glaube, ja, ne? Aha. Mach dich weg, Wand. Weh wie weg und weh wie Wand. Äh, das fährt hoch. 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 Wie hoch fährt das? Bis ganz nach oben. Hilfe. Hilfe. Okay. Wow, da hätte ich... Danke. Okay. Das holen wir und... Er ist nicht gesprungen. Das sehe ich wieder nicht ein. Hier, das ist doch mein Drehschnau... Sprungknopf. Ach, komm. So. Also, ich werde mich schon bemühen, in größeren Hacks dann erstmal ohne Save-Sates zu spielen. Ja. Aber hier will ich eigentlich jetzt einfach mal sehen, wohin das doch führt. Und das... Ich meine, stellt euch vor, man stirbt hier an dieser Stelle. Dann passiert das. Das Level ist vorbei. Man kann von vorne starten. WTF. Wie lang ist das bitte? So. Äh... Kann ich da runter? Ja. Scheinbar ja. Und plötzlich kommt Ton. Der passendste Ton überhaupt. Also Musik. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist passiert. Ja, Mensch. Die Oberwelt ist halt großartig. Okay. Das war ein toller Einstieg in unsere SMW-Hacking-Zeit. Ich werde versuchen, abwechselnd mal so ein bisschen Maker und SMW hochzuladen. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr auf SMW konzentrieren. Weil ich es kann. Ne, keine Ahnung. Ähm. Ja. Danke fürs Zuschauen, falls ihr es durchgehalten habt ohne Musik. Und äh... Tschüss. Tschüss.